recht herzlich willkommen zur 174 folge von towns ja wir haben letztes mal was an der mauer gemacht jetzt gucken wir mal nach dem treppenhaus und so wie wir das hingekriegt haben ich glaube die gehen jetzt hier hoch gehen darüber könnte sein und da ist ein dingens der kann laub jetzt weg hier und hier neben muss eine treppe hin es ist gerade dunkel jetzt wieder noch weniger zu sehen machen wir hier auf machen wir hier tisch quack werkzeug war es da sind die treppen dran an wer war das jetzt im prinzip auch egal ich glaube es ist aber auch die so und dann müssen wir glaube ich hier noch eine ecke haben wo das dann dahin kommen obwohl dieser hier muss anlocken ich glaube ja ich hoffe die nehmen den erst weg dafür müsste man vielleicht neuen auswählen schnell schnell super schnell ja wo muss er hin dass die frage ne so geht so so ja super ich glaube jetzt ist es wieder verkehrt gucken wir das mal den hier noch wegkriegen schnell geht das ja ich glaube es hat geklappt weil da muss die treppe hin und dann müsste da der gesetzt werden ich weiß es aber auch nicht so richtig ja das ist jetzt schnell gegangen jetzt ist der da jetzt müssen wir nur gucken was da passiert ich glaube bis dahin ist schon mal das richtig gelaufen jetzt müssen wir da eine treppe bauen ok gucken wir hier unten nach der mauer ok das häuslein ist schon weiter gekommen da müssen wir zurück erst auf stein dahin dorthin also einer fehlt noch ok der ist auf jeden fall richtig dann und da müssen welche hin das ist auch richtig ich glaube jetzt ist es daneben auch ja das heißt da kommt auch einer hin dann ist das zu hier hoch wäre dann auch richtig und ich glaube da müssen wir nachher auch noch einen drauf machen das passt aber auch und hier muss man mal gucken wie wir da weiter arbeiten dass wir darüber kommen und ich glaube dann da sind wir verkehrt hier sind wir richtig da muss auf jeden fall was drauf so ist mauer nehmen so ist dahin ist die mauer eine ebene glatt mit erde hier ist ein stein drauf da nicht das bedeutet ich glaube müssen hier auf jeden fall mindestens noch einen dazu haben aber hier sowieso also können wir hier rüber gut hier ja ich glaube wir können das mal gleich hier so durchziehen obwohl ich weiß nicht wovon machen wir bis dahin auf jeden fall weil hier geht es ja auch schon mal bis dahin und ich glaube wir können das bis dahin durchziehen da geht die mauer auf jeden fall weiter und da auf jeden fall auch noch hier muss definitiv auch noch was hin hier können wir hoch und runter gehen das hatten wir schon eingeplant das hatte der michael ja gesagt dass das unbedingt machen müssen so aber hier nicht da sondern hier muss definitiv noch eine zweite lage drauf und da auch läuft da denke ich auch noch eins weiter und da ist bestimmt auch noch eins weiter drauf zu machen so sehen wir hier natürlich nix da sind radieschen so jetzt mal hier da muss definitiv einer drauf da ist was drauf und da muss es ja zugebaut werden glaube aber hier muss definitiv mindestens noch einer wenn nicht sogar zwei mehr allerdings haben wir den stein wieder abgewählt weil wir irgendwann nicht die shift taste gedrückt haben so kommen wir hier ich glaube da muss auch noch einer hin da definitiv einer da sieht es auch so aus als ob das noch dazu müsste naja hier ist auf jeden fall schon mal sehr schön gebaut ja da ist definitiv auch richtig da wird es auch so sein ich glaube hier muss definitiv noch was drauf wieder taste vergessen zu drücken wahrscheinlich machen wir da ein hin das ist auf jeden fall da richtig da passiert nichts und da machen wir besser noch einen hin ich glaube da passiert nichts mehr das ist schon richtig das ist auch okay hier muss noch was drauf zwei stück ist nicht verkehrt denke ich habe ich den hier ausgewählt oder ist das hier verkehrt das ist wohl verkehrt ne müssen wir warten bis die fertig sind da hier geht ja was die blauen pflanzen müssen dann noch weg so und da ist auch schon weiter ja da haben wir auf jeden fall was zu tun da sind die blauen pflanzen auch schon weg geht das dann dahin ich glaube nicht mehr über die weg transportieren erst ok dann haben wir da schon einiges in petto gut gehen wir mal nach unten gucken wie weit sind wir hier ok da lief gerade einer rum und holte irgendwas raus weil wir hier jetzt nicht aufgemacht haben läuft auch keiner rein hier könnte man noch was weg holen aber ich glaube wir machen jetzt erst zu und machen mal wieder dass die da rein laufen können close and lock door unlock unlock und auch dort unlock die laufen erstmal rein gut geht ne ich glaube es sind aber weniger geworden oder tendenziell eigentlich sogar dazu zu sagen wo auch lass uns rein rennen und sie alle töten aber dafür sind es dann doch zu viele machen die jetzt hier patrouille laufen wahrscheinlich ne hier sind zwei treppen aber es ist nur eine aktiv möglich oder naja ok wer weiß wo die zweite hingeht ist jetzt aber auch halb so wild hier haben wir noch einen aufgang gebaut da müssten wir mal gerade treppen dran erstellen die waren bei werkzeugen da oben da machen wir die da hin so hier war ja auch noch irgendwo ein aufgang und das können wir hier knicken das passt nämlich nicht da müssen wir noch mehr machen weil die Mauer dort höher ist gut jetzt die frage wo wir noch einen aufgang brauchen haben wir hier noch irgendwo was gemacht ja da das bedeutet wir machen dort einen hin den 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 sieht man nur so schwach der ist da schon gut läuft haben wir hier auch sowas geplant ja da so gut dann haben wir das auch schon gemacht läuft ok wie sieht es überhaupt hier mit essen und sowas aus sind wir da gut aufgestellt ja was sehen wir rote 10 äpfel 15 bieren hier ist ein kuchen ja sonst das andere weiß ich nicht da radieschen 3 geht könnte schlimmer sein die laufen jetzt überall hin ach so hier müssen wir dann noch steine setzen da müssen wir da noch einen drauf machen und davor auch noch einen da ist eine höhere treppe angesagt ne so hier ist auch weiter das sieht gut aus aber ok lassen wir erstmal abholen ne ich glaube da muss definitiv hier auch noch einer hin dann läuft das schon und hier kommt auch noch einer hin ja passt erstmal gut ok das haben wir jetzt gucken wir nochmal das treppenhaus an was das macht ich glaube schwierig zu beurteilen ne wo die treppe da jetzt lang geht es ist hier eine treppe ja und wenn ich da eine treppe habe müsste hier jetzt ja das passt das läuft oder ne ne der ist ja dann zu niedrig ne das war es dann doch nicht ne oh oh ich weiß auch nicht wie das hier da ist auch noch ein Loch ich glaube das treppenhaus das war es wohl ne das kannst du abreißen das ist ja wirklich ganz schlecht gelaufen ne hier ist eins ich glaube man macht es einfach hier so hoch und fertig ja aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss